Herzlich Willkommen zurück bei Among the Sleep. In der letzten Folge haben wir das Arbeitszimmer durchwüstet, haben alles untersucht auf Hinweise, wo unsere Mutter ist, was hier vorgeht, wer unseren Teddy in die Waschmaschine gesteckt hat. Und in der nächsten, also in dieser Folge, werden wir herausfinden, wem dieser Schuh gehört. Und vor allem, wo ist der zweite Schuh dazu? Und wie hat der Schuh es geschafft, auf diesem Tresor zu landen? Ein großes Mysterium. Alles klar. Wir müssen dazu durch diese Tür schreiten. Wah, Kalsik! Laufe ich auf die Türe zu und öffne sie! Und komische Geräusche. Aber das hält mich nicht ab! Ich werde meine Mutter finden! Koste es, was es wolle! Ja, ich muss mir ein bisschen Mut zureden. Okay, warte. Ich glaube, das kann ich einfach locker raufklettern, oder? Ist das zu hoch? Okay, es ist zu hoch. Warte, ich werde doch da raufklettern. Okay, gibt's da irgendwas Tolles? Gibt's da was zu entdecken, oder? Okay, Bilder? Okay, irgendwas passiert. Obwohl, jetzt in jedem Zimmer hat mich sowas von geschreckt. Und deshalb glaube ich, dass ich da jetzt auch irgendwas passieren werde. Irgendwas passiert. Okay, ich werde jetzt mal nichts runterschmeißen. Ich habe echt Angst, dass uns irgendwer hört. Okay, ist da drinnen irgendwer? Oh, man erkennt es nicht. Ich würde da gerne rüber. Aber es geht einfach nicht. Ich muss da zuerst auf diese Schublade. Oh, Sonnenblumen! Okay, kann ich das öffnen? Nein, öffnen, nein. Ein Hut! Ein roter Hut. Okay, gibt's das sonst noch? Ey, ganz ehrlich. Ah ja, Zeichnung. Aber wie viele Schuhe haben die bitte? Oder sind wir eine Großfamilie? Das kann natürlich auch sein, aber... Oder Schuhfetisch ist. Aber es sind ja immer die gleichen Schuhe, also... Ah, ich kann da nicht rein. So. Okay. Ach Gott. Das sind wir, was traurig sind. Und... Wir sind voll traurig und wollen irgendwem umarmen, schätze ich. Aber es ist keiner da, weil sie unsere Eltern streiten. Also, so seh ich das jetzt einmal. Und ich weiß, dass unsere Eltern geschieden sind. Das weiß man. Also hat man am Anfang gesehen. Weil die Mutter hat... Also hat den Ehering nicht oben gehabt. Also man hat gesehen, dass sie einen langen angetragen hat. Aber jetzt nicht mehr. Weil am Finger so Abdruck war. Also sind die Eltern geschieden. Und ich habe gerade so den Drang. Alle Schuhe da raus tun. Haha. Hahaha. Und deshalb tue ich das jetzt auch. Was ist mit dir? Okay, der mag nicht. Ah. Uh. Nein, egal. Die anderen haben Glück gehabt. Ich mag mich nur dafür drucken, dass ich in diese Tür rein muss. Okay, wie komme ich denn da? Ich brauche den Sessel. Nehme ich jetzt mal an. Komm schon. Ey. Wie? Passt der da jetzt nicht durch? Oder wie? Komm schon. Was nicht passt, wird passend gemacht. Ey, da geht doch der locker durch. Komm schon. Nein, 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 nein. Ja. Ja. Ja, Mann. Juhu, komm schon. Okay. Los. Ey, juhu. Sind schon so weit gekommen. Yes. Okay. Schaut aus wie ein Seestern. Das ist da unten. Okay. Jetzt komme ich wieder nicht hoch. Also manchmal ist das schon ein bisschen... Jetzt warum komme ich da nicht hoch? Ich bin ja da hoch. Oder ich spring einfach runter. Ich springe einfach auf den Sessel hoch. Naja, man muss erfinderisch sein. Sag's euch. Ah, super. Es war ja wieder so klar. War vielleicht jetzt ein bisschen zu weit. Achso. Ich glaube, ich hätte den Sessel gar nicht gebraucht. Aber jetzt haben wir ihn schon. Deshalb benutzt sie mich jetzt da. Ah! Ist das die Mama? Oh! Okay. Warum habe ich jetzt eigentlich Angst? Weil sie ist ja eh nur die Mami, oder? Ich hoffe, ich hoffe, die sind nicht irgendein schirches Monster, oder so. Also... Ey, der hört schon wieder. Ich glaube, unsere Mami hat irgendwie wie eine Kaufsucht, oder so. Seit der Scheidung. Wie wundert es sich, dass jetzt eine Zeit schon kein richtiges Schreck-Dings war. Und wir zeigen. Nein, ich traue mich noch gar nicht. Sollen wir uns jetzt erst umschauen, oder? Ne, komm. Wir wollen... Wir sind noch ein Baby. Und wir wollen jetzt eine Mami. Mami! Oh Gott, ich muss die Decke wegziehen. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott! Oh Gott! Na! Ich traue... Ah, das wird jetzt sicher... Mal irgendwas... Oh Gott! Nein, der ist gerade durch. Steht da, wer? Na, bitte nicht. Na, ist ja noch vorhin, oder? Ja. Ma, ich hab so Schiss! Gibt's doch nicht! Vor allem, da schnaufe ich nicht! Und der Teddy hat gerade gesagt, die Mutter ist nicht hier, und wer verdammt schnauft dann da so grausig? Ja, ich bin's nicht. Ja, ich bin's nicht. Oder? Ja. Und, da ist ja noch vorhin, oder? Ja, ich bin's nicht hier. 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 Das ist ja auch. Und ich bin's nicht hier. Ja, ich bin's nicht hier. Ja, ich bin's nicht hier. Ja, ich bin's nicht hier. Outro